Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Passend zur gerade in Deutschland stattfindenden EM, auch ich, mit Fußball-Content am Start, also mehr oder weniger, in Rocket League ist nämlich die neue Season gestartet. Und was daraus geworden ist, seht ihr selbst. Bevor das Video beginnt, aber noch drei Kleinigkeiten, die ich eben ansprechen muss. Erstens, das Video startet mit dem zweiten Placement-Game, das erste ist leider Off-Stream gewesen. Zweitens, das Video ist in zwei Tagen entstanden, deswegen sieht man ab der zweiten Hälfte des Videos leider keine Cam mehr. Der Grund ist, sie hat Faxen gemacht. Und drittens, nach den Placement-Games gibt es noch ein bisschen Modus-Material, ergo die Spiele nach dem Placement. Hier eine kleine Trigger-Warnung, auch Rassismus spielt hierbei leider eine Rolle, das habe ich allerdings davor gehoben. In diesem Sinne, seid lieb zueinander und viel Spaß mit dem Video. So, ich muss jetzt noch Kohle aufsetzen. Jetzt geht's los, ich fahr. Oh Gott. Ja gut, dann warte ich damit. Ich mach das schon, alles gut. Ich kann auch, ich kann auch kurz versuchen, alles zu halten. Nee, das ist ja Quark. Oh, oh, okay, ich geh. Yes, ich bin hinten. Scheiße. Der geht doch so dabei. Alter, ich war zu spät dran. Er schubst mich. Degall Junge, was ist das denn für ein? Ach komm, die schnappen wir uns jetzt. Geht aufs Tor? Ich spiel noch. Ich hab Kacke gebaut. Ich hab Kacke gebaut, ich komm noch nicht hin. Oh nee. Ja, ich hab auch gerade fast Spiele voll. Oh mein Gott. Ich hab kurz vorher angehalten. Ich dachte, ich verarsche ihn, aber ich hab mich. Feier. 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 No, ja. Perfekt. What the hell? Ja, ich mach ihn. Nee, jetzt aber du, komm. Baby. Ich wollte Chancen nutzen, ey. Wichtig. Oh nee, der kommt aus Tor. Ich hab keinen Fuß, ne? Oh mein Gott. Was macht er? Was macht er? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Stick out. Ja, ist klar. Was macht er? Ein Tor? Zwei Spiele, zwei verloren. Ist okay. Ich weiß nicht, ob das so geht. Jetzt geht's los. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Neh, man munkelt. Ich würde sagen, nein. Sidney Fried, oder? Oh, let's go. Okay, nimm mich. Okay. Gut ein Tor. Ja, sehr gut, sehr gut. Oh shit, zu schwach, oder? Oh man. Zu hoch. Lass ich da kommen. Wundervoll. Oh shit, der kommt zu mich gefährlich gut. Ja, ich sicher. Boah. 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 Ja, und Mitte. Bro! Tief! Das kommt aber nicht ins Beste auf, sondern ins Schlechtste auf. Oh, der ist... Oh mein Gott! Das war greedy! Nämlich? Ja. Boah. Nochmal. Ja. Ganz, ganz einfach. Weißt du, was ich mache? Ganz, dass ich reingeschoben da. Mit links, sagt der. GG's. Oh, oh nütze. Oh, Alter, mit einer Hand war ich nur dran. Spielst du mich mit dem Controller? Nee. Oh, 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 oh. Machst du den noch nicht? Okay. Muss ich, muss ich. Hast Vertrauen in mir, ja. Recht. Vertrau dir da hinten jetzt auch. Nochmal. Oh, shit. Oh, shit. Der ist nicht, der ist nicht. Oh, Bro. Hast du? Hier. Oh, sau. Oh, nee. Oh, was? Nochmal. Mach hier rein. Du bist es. Du bist es. Digga. Ey, aus meiner Sicht sah es so crazy aus. Das sah auch aus meiner Sicht crazy aus. Kommst du dir an. Flup. Und dann ist den auseinander. Hast du? Easy go, oder? Nein, zu flach, zu flach. Ich hab's gesehen. Hast du das nicht? Nein, hab ich nicht. Gott. Bruh. Oh my god. Oh my god. Krampf. Ich drifte weg. Oh, ja. Und jetzt hast du es. Oh. Oh. Hier machst du. Ganz stark. Oh, noch viel stärker. Ja. Was hat das denn schon wieder? Heute hast du es. Ja. 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 Digga. Was sind das? Was sind das für Tore, Digga? Guck mal, was ich gemacht habe hier auch. Der ist drin. Nee, ist er nicht. Er passt dich auch. Das wär krass. Okay, der andere ist wahrscheinlich mad oder so schon. Ja, einer ist gut. Jawohl. Yes, tg's. Ach guck mal, wir sind schon auf jeden Fall Tier 1 Nibu. Oh, der ist gut. Ja. Für wen? Für dich? Nee. Doch, bring ihn da rein. Pfff. Zu. Eckig gefühlt. Oh, nee du. Oh, er hat mich auseinander genommen. Ach, der ist aus Tor. Aus Tor. Juhu. Ah. Digga, nein. Nur weil ich so sch**se wieder bin. Der kommt nach rechts. Okay. Okay. Achso. Anlag. Er hat. Ja, nimm ihn auseinander. Nein. Er geht ins Tor. Nee. Was ist das denn schon wieder? Ich bin wieder. Dazu sch**se. Was war das denn? Entweder hat mein Gehirn gelegt. Oder mein Internet, ey. Nein. Ich hab den Fuß nicht bekommen. Nein. Was machen wir? Wirst du? Ja. Boah. Okay. Nimm ihn jetzt. Nimm ihn jetzt. Nimm ihn jetzt. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich dachte der geht. Nee. Er hat mich angeschossen. Digga, der kam so schnell in meine Richtung gefetzt. Digga, da kommt überhaupt nichts an. Wir haben ja die Chancen, aber machen die irgendwie nicht. Das ist richtig. Let's go. Oh. Oh. Digga, was war das? Digga, ich hab echt alles gegeben, Bro. Ich hab echt alles gewissen. Das war so gut. Ja. Oh, das ist ja richtig, ey. Oh, jetzt kommt das Comeback vielleicht. Machst du was draus? What? Oh, nee. Ist er drin? Willst du ja? Ja. Den hast du. Nein. Ich geh mal zu schnell. Komm. Wir müssen jetzt engen Konter fahren. Ich hab keinen Boost. Los! Los! Nein! Er hat sie weggespielt. Ho, 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 ho. Ich hab keinen Boost, aber egal. Hast du? Nein, wie denn? Andere, seid noch vor. Andere, seid noch vor. Nein, Bro! Nein! Nein! Ich wollte über die Fall springen. Ja. Ja, okay. Er hatte auf jeden Fall. Der ist drinnen. Der ist drinnen. Oh mein Gott. Was? Ja, er kommt. Ja, er kommt. Er kommt. Obst du? Ja. Mach ihn. Oh, er ist so reingegangen jetzt. Halt mal Luft. Meinst du? Ja. Komm drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab noch nicht gesehen. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, was ist das denn für ein Torfinisher? Ja, geil. Oh nein. Das war doch wichtig. Ja. Das ist gut. Noch mal. Nein. Nein. Ich hab ihn extra so. Er bringt mich um. Ja. Er hat selbst Eigentor gemacht. Ich hab ihn reingemacht. Nö. 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 Oh mein Gott, ey. Fuck. Oh nee. Ich hab leider keinen Boost. Überhaupt nicht. Mach's alleine, ne? Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Nein, ist nicht. Aber bounce zurück. Und dann mach ich ihn. Bam. Easy going. Bounce perfekt. Ich war zu spät. No. Das ist ein Tor. Das ist ein Tor. Ja. Unentschieden wieder. Alles gut. Alles noch offen. Achso. Er kommt. Fertig. Er kommt jetzt weiter. Nein. Das ist eklig. Ja, hast du. Mach weiter. Verlängert. Ja. 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 Hast Zeit. Ganz die Zeit. Ganz die Zeit. Oh ne. Oh, ich dachte er kriegt den. Nein. Und er tötet mich. Und er tötet mich. Richtig. Ich kicke dich ein bisschen, dass du schnell am Ball bist. Perfekt. Vorlage. Keiner da. Schade. Ja. Der ist gut. Mach ihn. Er macht ihn. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Achtung. Aufs Tor. Habe ich. Nicht. Nein. Nein. So wir haben sieben von zehn schon gespielt. Achso. Krass. Ich dachte wir haben weniger gespielt. Drei Games noch. Vier gewonnen und drei verloren. Kommt hin bestimmt. Als erstes mal das beste habe ich gehört. Oh ne. Okay. Ich hasse die vorne. Egal. Rudi. Jesus. Was machst du? Oh jetzt. Mach ihn noch mal rein. Ja. Genau. Oder nicht. Ja. Hast Zeit. Hast Zeit. Ey komm jetzt. Hallo da. Wuuu. Machst du den? Ey. Das. Oh mein Gott. Eben trifft. Wunderbar. Eben trifft er alles. Aber jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dann. Hade ich den Abschlussfall mit den Kindern. Mhm. Ja. 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 Mach weg. Mach weg. Wo bist du denn? Ich hatte so Boost eben noch. Komm jetzt weißt du. Jetzt bitte komm. Oh. Er geht direkt rein. Okay. Hast du? Wunderbar. Oh. Ja. Ja. Ich warte. Jetzt. Ja. Guck mal. Du kannst doch fliegen. Komm. Ja. Er ist drin. Ne. Doch. Alter. Er springt nicht. Okay. Okay. Brr. Oh. Er kickt nicht. Nein. Und ich flieg vorbei. Ja. Ich kann nichts machen. Ich nehm. Er kommt aber auch. Nice. Der ist richtig gut. Nein. Nein. Hast du den? Nein. No. Ne. Nochmal. Nochmal. Ach. Ich kann nichts machen. Oh. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Wuuu. Das ist das Ding. GG. Nice. Nice. Oh. Eins noch. Ich geh. Ja. Pass auf. Oh mein Gott. Oh. Yes. Oh. Und. Nein. Geht nicht. Sagt der. Ich bin hier gerade speedfilen Mensch. Unnötige Meter gemacht. Ja. Unnötige Meter gemacht. Mach keinen Spaß. Ja. Ganz viel. Ganz viel. Jetzt noch mal. Boah. Ne. Was denn jetzt los? Naja. Was denn jetzt los, Rosa? Boah. 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 Guck mal in die Mitte. Wer? Nein. Was? Ja. Jetzt in die Mitte. Und nochmal, und nochmal. Näh, das kann, das Spiel ist nicht mein... Komm! Das wär das fast. Ich glaub, ich hätte meinen Controller weggebracht. Wiederum eine Latte trifft. Ich geh, ich geh, ich geh. Kommt gut, kommt gut. Boah, der Engel. Der Engel war crazy, ich hab's gesehen. Ich glaub, ich spiel noch mal gegen die Blaufrückse. Boah, der ist gut, nochmal, nochmal, nochmal. Ja, und jetzt mal rein. Die einfachsten Dinger, die einfachsten Dinger, ey. Oh, nicht doll genug. Noch ein Game, oder? Oder war's das schon? Das war's eigentlich schon, mal gucken. Und was kriegst du, was kriegst du? Tier 1. Ich seh aber nicht welche Liga. Liga 3. Hm, okay. Gefährlich. Oh, nee. Geile Sau, geile Sau. Und nochmal Touchen versuchen. Und dann ist er drinne. Yeah. Ja, und nochmal. Ich hab's versucht, aber jetzt hast du ihn. Oh! Ja! Scheiße, ey. Wichtig! Wichtig! Mach ihn rein! Mach ihn rein! Oh! Oh, nee! Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, der ist daneben, oder? Der? What?! Nee. Oh, oh! Der kommt nochmal. wow! er belohnt sich! guck dir das an! du bist gar nicht da! nein! er hat ihn noch getoucht! nein! ich auch! aber ich hab ihn geblockt! oh ne! hast du? ne! oh mein gott! was? was? oh mein gott! das war crazy, was da im zoo passiert ist! ja man! du hast echt geile games hier gerade! ne! 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 ich bin! ne! wundervoll! er ist drin! ne! das ist schon wieder boden! Ja, das war's. Nein, das war's noch nicht. Oh mein Gott, okay. Nein, wir haben vergessen. Er macht ihn auch noch ein. Oh nein. BAM! Ja, nochmal. Geht rein. Geht rein. Ja, schubst du noch weg. Na ja. Und jetzt du. Nochmal. Nochmal. Ja, höchsam. Ja, der geht, oder? Ja. Wundervoll. Meiner ist schon gelieft. Nein. Ja. Späler melden, melden, wegen. Unangemessener Spielernahme. Und absichtlich inaktiv. Ja, absichtlich verlieren oder grüßen. Weil das kommt. Hast du, hast du, hast du. Ja. Ja. Nein, ich hab ihn flach gemacht. Und du machst ihn. Oh nein, du. Oh nein, du. Oh nein, du. Oh nein, du. Oh nein. Tega. Meine Videos sind Streams angesehen. Tor. Ja. Ich hab den 1 gestattet. Nimmst du, ne? Wo geht du da? BAM! Ich hab' ich geopfert. Schau. Okay, ich geh' ich geh'. Oh, real. Oh, schon wie das ist schön! Oh, 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 oh! Er hat ihn selber gerettet? Lol. Warum macht er das? Ich hab' nur nicht mehr mitleiden, ich bin nochmal da. Ja. Oh, ich bin falsch richtig geboren. Ja, ich hab's gesehen. Oh nein. Okay, der hat vor. Hör mir öff. Da ist der noch. Ja, aber ich war nicht falsch verstrengen. 30 Sekunden noch. Halt die Ball einfach ein bisschen. Ich nehme die ein bisschen auseinander hier. Ahaha, Junge, was? Junge, was? Was warst du da? Was? 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 Der Mann ja mächtig am Schwitzen, ey. Schön. Sehr wichtig. Ich weiß es nicht. 3 Sekunden. 3 Sekunden. 3 Tonnen Sekunden. Aber Gotts Chaos hat aufgegeben. Stark gefakt. Stark gefakt, Mann. Oh mein Gott, Digga. Das ist dein Tor. Ja, das war mein Fehler, Digga. Komm, ich grüße und entspann dich. Der Machi. Der Machi. Komm, Bro, wo bist du? Ja, Digga, was ein Engel wieder. GG. Ja, die hat zwei. Das immer wieder. Sollen wir noch ein Game spielen? Eins noch, eins noch. Digga, die sind nicht schlecht. Hast du was angeht? Junge. Die sind echt crazy. Ich glaube, es ist eine schlechte Idee. Eine schlechte Idee, noch ein Game Ons zu fahren. Der wollte einfach über uns hin. Komm, komm. Freie Bahn, freie Bahn. Jawoll, komm mal. Mach irgendwas. Du hast keinen Buß, ich weiß, aber... Bro. Der ist drinne. Ne, lecken. Digga, der ist so an mir vorbeigezischt, Digga. Ja, Digga, ich würd gern irgendwas machen, aber... Du wirst einfach versuchen, Engel beizuatschen. Ja, den hat er. Digga. Ich muss nach hinten, ey. Ja, ab ins Tor. Wuuu. Geile. Digga, wir struggleen hier so doll. Ja, der ist jetzt aber... Nein, 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 nein. Ja, alle weg. Ding. Nein! Ich hab keinen Buß. Ich hab ihn nicht gehittet. Wir ziehen uns noch siebenmal eins ab, sag ich dir. Nein. Der braucht auch. Wir machen noch eins. Der ist drinne. Oh mein Gott, Digga. Ganzer Körper, Digga. Ja. Oh mein Gott. Tease. Der hast du oben gehabt, Digga. Digga, Tease, Mann. Ja, ich weiß. Bitte. FFs hat der Neck. Ja. Ja, komm. Oh, scheiße. In der Luft halten. Nein. Boah, Digga. Der ist halt easy. Bei dem 4-1. Das ist riesig. Der ist riesig. Ich weiß nicht. Vielen Dank.